Beeindruckend. Also eigentlich eigentlich alles toll. Durch Freunde tatsächlich von der Arbeit. Die waren hier schon mal und haben mir von ihren positiven Erfahrungen berichtet. Und darüber bin ich dann hierher gekommen. Es ist alles super modern und wirklich high end. Von der Technologie her ist das Gebäude hier wirklich sehr fortgeschritten. Die Atmosphäre ist hier wirklich sehr gut. Man fühlt sich sehr wohl und gut aufgehoben. Ja, ich habe ein bisschen Angst gehabt. Die ist ja aber mit der Implantation mir genommen worden, weil es wirklich reibungslos ablief. Ich auch wirklich keine Schmerzen und nichts hatte. Es war top. Kreislich natürlich macht es einen großen Unterschied. Und von der Technik ist es hier auch überragend. Denta Prime ist für mich sehr viel fortgeschrittene Technik und sehr viel Komfort.